Ich fand das so geil gestern, dass wir gedacht haben, okay, du hast gesterns Wallis Wohnzimmerkonzert gewonnen, deswegen kommst du heute hierher und spielst mit uns einen Song. Und die Hürde ist wirklich dermaßen geil drauf, dass ich gesagt habe, klar, mach ich. Es ist dein erstes Konzert überhaupt. Es gehört eine ganze Menge Mund dazu, das alles mal soeben aus dem Ärmel zu schütteln. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, sie ist jetzt irgendwo angekommen hier. Hier ist unsere Walli. Applaus Lass mal hören, bist du da? Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Zappen. Zieh mal ein bisschen Zappen da rein. Ist alles ein bisschen behälscht, wir konnten das vorhin nicht mehr proben, oder? Aber wir kriegen das hin, ich bin da ganz sicher. Nee? Der Üb verliert. Ah, jetzt haben wir das. Entschuldigung. Sohle ist jetzt ein Brennen. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Gestern war es super, ich denke, Walli kriegt das hin. Walli! Gucken wir mal. Gar! Gucken wir mal! Ja, mein Gott. Ich weiß, was er ist, was Pfff? Die Spannung ist nicht geschehen, ich wollte nicht wissen, ich wollte nicht sagen, ich wollte nicht sagen, ich wollte nicht sagen, Wir sind Schwarz. Wir sind Schwarz. Wir sind Schwarz. Wir sind Schwarz. Schwarz. Sind alle Männer, Schwarz. Schwarz ist alles, was sich hört. Sie bauen auf dem Weg, Seems like." God Belieb! Ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz. Ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz. Ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz. Ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz. Ein Wettbewerke Aufführer, Vali!